Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Eskalation bei Pro-Palästina-Demos an US-Unis Palästina-Demonstrationen an US-Universitäten, Spannungen nehmen zu. In mehreren Universitäten in den Vereinigten Staaten kommt es zunehmend zu Protesten und Demonstrationen für Palästina. Diese Bewegung hat in letzter Zeit eine verstärkte Eskalation mit möglicherweise weitreichenden Auswirkungen erlebt. Die Demonstrationen, vorrangig organisiert von pro-palästinensischen Studentengruppen, sind eine Reaktion auf das fortgesetzte Leid und die humanitäre Krise im Gazastreifen sowie auf die weiterhin strittigen israelischen Siedlungen im Westjordanland. Die Strapazen des palästinensischen Volkes haben schon seit Jahren weltweit Sympathie und Unterstützung erzeugt. Jedoch hat die aktuelle Eskalation der Spannungen in den USA eine neue Dimension erreicht. Die Demonstrationen haben eine lebhafte Debatte über das Rederecht auf Universitätscampussen ausgelöst. In einigen Fällen wurden Veranstaltungen durch Gegendemonstrationen unterbrochen, was bei Universitätsleitungen und dem allgemeinen Publikum gemischte Reaktionen ausgelöst hat. In anderen Fällen wurde Berichten zufolge Druck auf Professoren ausgeübt, sich von der Pro-Palästina-Bewegung zu distanzieren. Die Universitäten sind bisher sehr unterschiedlich mit dieser Situation umgegangen. Während einige der Redefreiheit Vorrang gegeben haben und eine offene Debatte fördern, haben andere Universitätsleitungen empfindliche Themen gemieden und versucht, politische Kontroversen von ihrem Campus fernzuhalten. Die wachsenden Spannungen und die daraus resultierende Einschränkung der Redefreiheit sind insofern bedenklich, als sie eine Verletzung der akademischen Freiheit darstellen können. Dies hat das Potenzial, die Qualität der Bildung und des intellektuellen Diskurses an diesen Institutionen zu beeinträchtigen. Eine dauerhafte Lösung erfordert möglicherweise eine Neudefinition des Verständnisses von Redefreiheit und ihre Grenzen auf Universitätscampusen. Ein ausgewogener Ansatz könnte darin bestehen, die Bedeutung der Freiheit der Meinungsäußerung anzuerkennen, während gleichzeitig ein sicherer und angemessener Raum für unterschiedliche Meinungen gewährleistet wird. Die Entwicklung an den US-Universitäten ist ein Indikator für die globale Auseinandersetzung mit der israelisch-palästinensischen Thematik und verdient weiterhin Beachtung. Von Anita Farke, Mittwoch, 1. Mai, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.